Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video im neuen Jahr und da es das erste Video ist, möchte ich noch allen ein gutes und gesundes neues Jahr wünschen, vor allem eben viel Gesundheit, auf das es 2022 das für die Leute bringt, was sie sich wünschen, was für sie bestimmt ist und ja, eine wunderschöne Zeit. Ich werde in den kommenden Tagen sowieso ein bisschen ein kritisches Video wahrscheinlich online stellen, möchte an dieser Stelle aber schon mal darauf hinweisen, dass vermutlich am übernächsten Sonntag der Jahresausblick folgen wird, ich komme dieses Wochenende noch nicht dazu, aber das Wochenende vermutlich eben drauf und an dieser Stelle möchte ich aber einfach nochmal darauf hinweisen, für alle, die hier meinen YouTube-Kanal nutzen und noch nicht dabei sind, ich habe eine kleine Discord-Gruppe gegründet und dazu erkläre ich jetzt gleich noch ein bisschen was. Zunächst aber natürlich wie immer der Haftungshinweis, alles was ich hier in dem Video wieder erzähle, ist meine eigene persönliche und private Meinung, keine Anlage, Beratung oder Investment-Empfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Das Video, wie gesagt, wird sehr kurz, es geht nur darum, ich habe vor einiger Zeit eine kleine Discord-Gruppe ins Leben gerufen, die Gruppe wächst. Wer Lust hat, kann gern teilnehmen, ist vollkommen kostenlos. Ein Link zur Discord-Gruppe ist unten in der Infobox verlinkt, dort kann man sich dann einfach Discord runterladen, beziehungsweise man muss es nicht mehr installieren, man kann es einfach im Browser benutzen und kann dann einfach in der Gruppe dabei sein. Was gibt es da in der Gruppe zu sehen? Da gibt es das Handelssystem, das wir an den Sonntagspläuschen oder Sonntagspläuschen entwickelt haben, das kann man sich da runterladen, das kann jeder kostenlos nutzen, wenn er möchte, zum eigenen privaten Handel und dort gibt es mittlerweile einen ganz tollen Austausch, gibt immer wieder tolle Trading-Tipps und Ideen, die man umsetzen kann oder auch nicht und einfach Hinweise immer wieder, auch ein Austausch grundsätzliches über Trading, aber auch über die Börse, über sonstige Themen und wer möchte, kann da gerne teilnehmen, wie gesagt, das kostet nichts und ich würde mich freuen, je mehr das sind, desto besser, denn mehr Augen sehen einfach mehr und der ein oder andere hat vielleicht eine Trading, die der andere einfach übersehen würde, verpassen würde und der Austausch, der wird immer besser und ich finde es toll, was da entstanden ist und ich freue mich über jeden, der noch dazukommt und das ist einfach der Hinweis hierzu. Und damit war es das eigentlich auch schon wieder, das Video, ich möchte nur noch nochmal allen ein tolles 2022 wünschen, ich hoffe einige vielleicht, die das Video gucken, dann in Discord begrüßen zu dürfen, ich freue mich auf einen tollen Austausch und spätestens hoffe ich dann auf übernächsten Sonntag zum Jahresausblick und ich wünsche bis dahin eine tolle Zeit und bis demnächst.